Bro Geht der Wiss nicht so? Was ist tiefer? Teller oder Tasse? Und dann ist hier Oda tiefer? LOL LOL! Weil du... Oh, das ist ein Fluss oder so, glaub ich. LOL Oh, das war jetzt ein bisschen... Ups. Gut, wir würden die löschen. Äh, okay, wir machen jetzt kurz eine kleine... Okay, passt auf, Chat, passt auf, passt auf, passt auf. Seid ihr bereit? Das war's. Das war's.